Hallo zusammen. Das US-Handelsministerium geht davon aus, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen und Exportkontrollmaßnahmen im Laufe der Zeit zu einem Ergebnis führen werden, und er kennt gleichzeitig an, dass von ihnen keine sofortige Wirkung zu erwarten ist. Dies sagte Alan Estewitz, stellvertretender US-Handelsminister für Industrie und Sicherheit, am Donnerstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Es funktioniert nicht wie eine Guillotine, erklärte er. Gleichzeitig äußerte der amerikanische Beamte, der über den Verteidigungsbereich sprach, die Meinung, dass Moskau auf lange Sicht nicht in der Lage sein werde, alle dafür benötigten Materialien zu erhalten, selbst wenn er westliche Sanktionen und Beschränkungen umgehen würde. Die Methoden der Umgehung von Sanktionen werden nicht das notwendige Ergebnis im Maßstab liefern, um ihre Streitkräfte im Laufe der Zeit wiederherzustellen, meint er. Der Vertreter des US-Handelsministeriums behauptete auch, dass die Einfuhr von Mikrochips nach Russland nach Angaben seiner Behörde um fast 70% zurückgegangen sei, und größere Waren unter Umgehung der von den USA und Verbündeten auferlegten Beschränkungen noch schwieriger nach Russland importiert werden könnten. Ihm zufolge erwartet Washington, dass das militärische Potenzial Russlands im Laufe der Zeit aufgrund der Schwierigkeiten, zu denen westliche Sanktionen führen werden, abnimmt, während das Potenzial der Ukraine durch westliche militärische Hilfe wachsen wird. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakes und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.